Viele Leute sprechen davon, dass ihnen in ihrem Leben etwas zufällig begegnet ist. Etwas, was sie nicht vorhersehen konnten, was ihnen plötzlich unerwartet in ihrem Alltag begegnet. Zufällig haben sie einen alten Bekannten getroffen, zufällig haben sie dies oder das gelesen oder was auch immer. Ich glaube, dass es keine Zufälle für mich gibt, sondern dass Gott mir etwas zufallen lässt. Vielleicht bist du heute in deinen Augen zufällig auf unsere Webseite gestoßen. Und dort hast du Dinge gelesen oder Dinge gehört in den Clips, die dir so noch nie irgendwie gesagt wurden oder die du so noch nicht gelesen hast. Wir wollen mit unserer Webseite dich ermutigen, in deinem Alltag mit Gott ein Leben zu wagen. Wir wollen dir dabei helfen, dass du in ein Leben, in ein erfülltes Leben kommst. Wir bieten dir an, dass wir dir kostenlos ein neues Testament zuschicken, wo du etwas über Jesus erfährst, über den Heiligen Geist, über Gott, die in dein Leben hineinwirken wollen und dein Leben zur Erfüllung bringen wollen. Wir wollen dich ermutigen, einfach dich durch die Seite vielleicht durchzuarbeiten und ein Leben mit Jesus zu wagen. Du wirst dort einen Clip finden, wo du dein Leben Jesus anvertrauen kannst oder wieder neu anvertrauen kannst. Wir wollen dich ermutigen, uns anzuschreiben oder anzurufen, wenn du mit bestimmten Dingen in deinem Leben vielleicht nicht zurechtkommst, wo du Gebetsunterstützung brauchst. Wir wollen dich ermutigen, einfach da dran zu bleiben, dich durch die Seite durchzulesen, dir Texte runterzuladen, die Seite weiter zu empfehlen, wenn du Menschen in deiner Umgebung hast, wo du sagst, das wäre genau das Richtige. Wir wissen einfach, und das ist der Satz, der ganz entscheidend für uns und unsere Webseite ist, wir wissen, Gott hat mehr für dich.